Ein Nerd ist eine Person, die sich ganz besonders mit einem speziellen Thema auseinandersetzt. Meistens sind das IT-Themen, kann aber auch genauso Fantasy, Science-Fiction, Comics oder ähnliches sein. Und mit diesem Thema beschäftigt sich diese Person dann meistens so intensiv, dass sie dafür auf soziale Interaktionen gerne verzichtet. Nur für dieses Thema. Der Nerd-Begriff und der Nerd selber ist wichtig, um Leute zu bezeichnen, die das digitale Zeitalter überhaupt erst möglich gemacht haben. Begonnen bei Bill Gates oder jetzt auch Elon Musk bis hin zu dem Sysadmin, der gerade dieses Video überhaupt erst möglich macht. Das sind einfach Leute, die dafür gesorgt haben, dass die Digitalisierung vorankommt, dass es gesellschaftsfähig wird und überhaupt alles erst möglich ist. Ich erkläre das, weil ich bei GetDigital arbeite und wir uns ganz speziell auf Geeks und Nerds ausgerichtet haben. Wir sind selber von zwei ziemlichen Nerds im Keller ihrer Eltern gegründet worden, wo die dann mit einer Shirt-Presse angefangen haben, IT-Sprüche auf T-Shirts zu drucken. Und heute entwickeln wir selber diverse Produkte, Merchandise und alle möglichen Sachen für Geeks und Nerds. Wir sponsern auch LAN-Partys, Conventions, sind auf Comic-Cons zu finden und so weiter und so fort und leben das einfach auch selber bei uns. Geräusche 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 Geräusche